herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch das du weißt dass es haft ist bundle von haftbefehl alle weiteren informationen zu dieser single der tracklist und dem bundelinhalt sowie natürlich auch die links zur single und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung du weißt dass es haft ist von haftbefehl das ganze am 26 märz erschienen wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich deutschrap jawohl es ist eine single zu seinem letzten album gewesen das schwarze album und im rahmen der promophase hat man dann natürlich auch diverse singles ausgekoppelt und diese hier du weißt dass es haft ist hat dann eben auch ein single bundle bekommen ja das bundle besteht ganz klassisch einmal aus der single an sich und einmal einem shirt wir starten natürlich mit der cd also mit der single die wurde hier auch sehr ja nennen wir es mal im minimal gehalten und zwar haben wir hier einfach ein transparentes tool case hier wirklich kein cover kein gar nichts drauf keine einleger einfach nur ein transparentes case und wenn wir hier aufmachen haben wir dann hier nur die cd drinnen die kommt hier in silber mit schwarzem aufdruck also wir lesen hier oben den interpreten plus den single titel dann haben wir links so eine abbildung sieht so aus wie so ein röntgenbild von einem schädel und dann hier noch dsa schriftzug aslux urban und so weiter also die beteiligten und das war es ansonsten also sehr minimalistisch gehalten hier vom artwork und als zweiten inhalt des bundles haben wir dann das shirt das kommt in schwarz von der vorderseite auch sehr nüchtern also einfach hier komplett in schwarz kein aufdruck kein schriftzug gar nichts aber dafür dann auf den anderen seiten und zwar haben wir hier einmal auf dem rechten ärmel einen schriftzug dsa also das schwarze album dann auf der linken seite haben wir auch noch mal ein schriftzug den haftbefehl schriftzug und darunter lesen auch wieder das schwarze album und auf der rückseite haben wir einen riesen backprint und zwar haben wir hier auch wieder dieses röntgenbild würde ich sagen so seitlich das ist hier so die wirbelsäule der schädel der kopf und hier dann so der kiefer und hier lesen wir dann auch noch mal darunter den haftbefehl schriftzug so bei diesem shirt haben wir es zu tun mit einem gilden heavy cotton das ganze ist 100% baumwolle größe m könnte man damals frei auswählen ich habe mich für m entschieden und das shirt ist made in nicaragua grüße gehen raus wir schauen uns das ganze noch einmal kurz im getragenen zustand an das shirt und so sieht das ganze dann getragen aus also wir haben das schwarze shirt wie gesagt rein von der vorderseite ziemlich schlicht an den ärmeln können wir dann rechts und links noch die elemente erkennen also auf der von uns gesehen linken seite das dsa rechts dann der haftbefehl schriftzug und dafür haben wir dann eben diesen richtig fetten backprint den ich euch gerade eben gezeigt habe und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der bundle befindet einmal das eben gezeigte shirt größe wie gesagt frei wählbar und dann haben wir zusätzlich noch die single hier im tool case du weißt dass es haft ist von haftbefehl jawohl das alles in diesem wunderbaren bundle mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der single beziehungsweise dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr haftbefehl unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao